Wir befinden uns hier in Eukaria, wo der Stromanbieter Kenjin drei geothermische Kraftwerke betreibt. Zur Zeit bauen wir unsere Kapazität um weitere 158 Megawatt aus. Der Vorteil von Geothermie ist, dass es eine erneuerbare Energie ist und sauberen Strom liefert. Wir erwarten, dass sich in Zukunft der Strompreis drastisch senkt, weil Kenia dadurch weniger abhängig von fossilen Treibstoffen ist. In Eukaria kommt uns zugute, dass wir uns im Rift Valley, dem afrikanischen Grabenbruch, befinden. Die Erde ist hier vulkanisch aktiv und hat dadurch ein hohes Potenzial für Geothermie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.